Moin zusammen, wir sind in St. Peter-Ording. Und in St. Peter-Ording gibt es einen Strand, an dem man mit dem Auto fahren kann. Wir haben jetzt vor diesem Strandparken, nennt sich das, geschlafen. Haben uns schon unser erstes Falschpark-Ticket hier deshalb geholt. Aber jetzt wollen wir mit euch zusammen mal direkt an diesen Strand ranfahren. Moin, was kostet uns denn der Spaß? Zwei Erwachsene und ein Auto, macht dann sechs und sechs, zwölf Euro. Zwölf Euro. Achso, wie ist das mit Flut jetzt? Wo müssen wir uns aufpassen? Die Flut kommt nicht über die Strandpark. Wir haben jetzt um halb sechs mit der Hochwasser. Alles klar, danke. Also mit dem PKW scheint es hier kein großes Problem zu sein. Wir haben uns gerade eben mit unseren fünfeinhalb Tonnen da hinten festgefahren, sind aber zum Glück aus eigener Kraft wieder rausgekommen, auch wenn es ein bisschen gedauert hat. Aber jetzt zeigen wir euch das mal, wie schön das hier aussieht. Also eins steht schon mal fest, alleine ist man hier jedenfalls nicht. Heute Morgen sind wir um fünf aufgestanden, um hier ein paar Fotos zu schießen. Und da war es hier noch menschenleer. Und Autos gab es hier auch noch nicht. Jedenfalls nicht in den Massen, wie das jetzt der Fall ist. Aber was Besonderes ist es trotzdem. Ziemlich cool finde ich ja diese Pfahlbauten hier. Das ist schon ziemlich skurril hier das Ganze mit den Autos am Strand. Macht Spaß. Wenn ihr Lust habt, dann fahrt mal hierher. Wer diese Menschenmassen jetzt nicht so mag wie wir zwei, der kommt dann lieber zu einer anderen Jahreszeit her. Im Herbst zum Beispiel ist es hier trotzdem toll und lange nicht so überfüllt wie jetzt. Wir beide werden jetzt in unser Wohnmobil verschwinden, uns eine Kleinigkeit zu essen machen und uns mal unsere Fotos angucken, die wir heute Morgen gemacht haben. Bis dann! 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 Bis dann!